Willkommen zurück zu einer neuen super pappigen Folge Cardlife mit einem ganz besonderen Kreis, weil hier sehen wir perfekt ausgeschnittene Fenster und jetzt sehen wir, was passiert, wenn Kreis ein Fenster macht. Wow. Hallo, das ist Retro, 70er und so. Das ist richtig geil. Guck mal, wie gut die ausgeschnitten sind. Man sieht richtig hier, weißt du, hier wurde eine scharfe Schere verwendet und hier so eine Kinderschere. Er hat irgendwie in Paint oder so, hat er sich irgendwelche Plugins gemacht. Wunderschön, wunderschön. Mittlerweile bin ich ja Meister an der Schere hier drin. Der Meister an der Schere? Ja klar, ich bin Scissorman. Ich muss mal, Scissorman? Ja, Scissorman, wer kennt ihn nicht? Guck mal hier, der Bär. Der Bär auf dem Bär, den werde ich jetzt töten, denn ich habe Hunger, ich verhungere hier. Und du willst Bärenfleisch essen. Ich bin ein großes Pappmännchen. Kannst du dich nicht auch von Früchten ernähren und Obst? Nein, ich muss mich von Bärenpappe ernähren, ja. Ich brauche Bärenpappe, um groß und stark zu werden. Fruchtpappe, ich esse Fruchtpappe. Obwohl, ich habe auch fünfmal Fleischpappe im Inventor. Ja, aber ich bin kein Pappgarner. Ja, also. Ich bin Papyrist. Ich komme nicht ans Fleisch ran. Oh, Doppelfleisch. Ey, ich habe auch ein Fleisch. Ja, aber ich komme nicht ran. So weit weg. Er hat fünf Fleisch. Darf aber nicht essen, wegen seiner Religion. Guck mal, hier kommst du hoch. Ja, jetzt bin ich schon außenrum irgendwie so. Ich habe dich da irgendwo hochglitschen sehen. Na, ich bin schon da. Ich bin komplett außenrum gelaufen. Man kann hier voll auf die Treppe gucken. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ja, muss ja noch eine weitere Wand gebaut werden. Ja, noch mal die Wand da weg. Also, das Fenster. Ich hole mir mal ein bisschen Holz. Den Durchguck. Loch nenne ich das. Loch. Achso. Also, wir müssen aus Tannen bauen, ne? Nein, nein. Ja, ja. Aus Redwood. Aus Redwood. Also die großen Tannen da hinten, genau. Großen Tannen, ja. Weil wenn wir was anderes nehmen, das ist dann Oakwood oder so, glaube ich. Das andere ist Oakwood. Dann haben wir hier Cherrywood. Was gibt's hier alles? Da hinten haben wir Swampwood. Swampwood, hä? Swampwood. Das alte Sumpfholz. Naja, deine Mom ist immer im Spiel dabei. Ich wusste es, Alter. Ich wollte auch gerade einen Mom-Witz machen. Das gute alte Sumpfholz. Das Ding aus dem Sumpf. Spagettis. Spagetti. Wie hieß die nochmal, hä? Hannibubu. Hannibubu, hä? Hannibubu mag ihre Spagettis mit Dr. Pepper. Hahaha. Ich hole dir gerade Stein. Ich hatte neulich eine Dr. Pepper Barbecue-Soße. Alter, das war geil. Ohne Scheiß. Ich isst ja voll gern dieses Pull. Weißt du, Pull-Perk, Pull-Turk, Pull-Chicken. Pull-Pull-Perk. Ja, Pull-Perk, Alter. Ja, Pull-Pork. Ja, Pull-Pork ist immer gut. Das ist halt einfach super zart, ne? Also, was soll ich jetzt eigentlich hier machen? Stone-Squire? Was ist das? Ah, die Brust. Ja, aber dazu fehlt mir ja noch mehr Stone. Die Brust. Der Brust-Fetischist. Brustus-Gustus. Brustus-Gustus. Wo willst du heute eigentlich hin? Irgendwie hast du erzählt, du willst heute in der Höhle und dort... Ich weiß nicht. Wollen wir in eine Höhle dippen? Alter, ich kann mir eine Armbrust bauen. Eine Darmbrust? Alter, der Mann baut Dinge. Ey, da bist du ja nass in der Hose. Ich soll eigentlich eine Wooden-Door placen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine zweite Etage und ich will mein eigenes Zimmer. Gott, sehe ich gut aus. Oh Gott, der gute Kerl. Hast du meine tolle Maske gesehen? Die sieht gut aus, ey. Das ist richtig geil. Gott, sehe ich gut aus. Du bist dein eigenes Zimmer? Aber wir teilen doch alles, dachte ich. Freunde teilen doch alles. Ja, aber wenn wir doch ein Riesenhaus bauen, kann ich doch mein eigenes Zimmer haben. Wir sagen, wer redet jetzt hier schon wieder von einem Riesenhaus, weißt du? Hier wird ein bisschen gewerkelt und ihr träumt gleich wieder von irgendeinem Riesenhaus. Masturbierplatz oder sowas halt. Ne, du kriegst keinen eigenen Masturbierplatz. Oh Mann, ey. Immer willst du zusehen. Ja klar, natürlich. Ich muss das überwachen, ob das auch richtig gemacht wird. Ob alle Norms eingehalten werden. Die Spitze wird lila. Wirkt die Schlange mal nicht so. Immer irgendwas auszusetzen. Er ist ja auch viel zu fest. Das Spiel ist zu sehr Minecraft, das Spiel ist zu sehr arg. Das Spiel ist zu sehr wow. Das ist immer nur kritisiert. Ja, es darf keine anderen Spiele mehr geben. Es gibt nur noch Minecraft und eins in besserer Grafik mit Dinos. Das ist arg. Der Rest ist verboten. Ja, jetzt hast du es endlich erkannt. Soll ich mal versuchen, so eine Schildkröte da hinten? Ich weiß nicht, wo du bist da hinten. Ich höre irgendwas hier kappeln, aber wo? Ich höre hier was stöhnen. Meinst du, ich kriege so einen Bär mit dem Schwert erlegt? Ne. Ne. Echt nicht? Warum habe ich schon Hunger? Ich verliere Energie, sehe ich gerade. Der Bär ist super krass. Da wolltest du heute eine Höhle rein, ne? Na heute in der Höhle? Na heute in der Höhle. Na heute in der Höhle. Heute in die Höhle. Ich wollte heute in die Höhle gehen. Geh? Gehst heute. Ich lege mich hier gerade mit einer Krabbe an, damit ich Essen bekomme. Ich weiß heute nicht. Wir müssen unbedingt... Kann man denn nicht am Strand unten? Kann man denn nicht irgendwie... Ich weiß nicht. Kann man nicht irgendwie gucken, dass man mal hier... ...was zum Grillen oder so bekommt? Alter, ich habe der Krabbe ein Auge rausgeschlagen. Ein Krabbe ein Auge? Total. Nicht werbefreundlich. Oh, oh, oh. Ich habe eine Krabbe im Schere im Inventar. Weiß aber noch nicht, was ich damit machen kann. Ja, bestimmt irgendwas basteln. Man kann ja auch irgendwie einen Roboter bauen und so ein Kram, ne? Man kann alles zu allem bauen irgendwie. Es ist auf jeden Fall crazy. Es gibt sehr, sehr viele Craft-Möglichkeiten in dem Spiel. Alter, jetzt wo ich hier meine krasse Steinrüstung habe, bin ich auch ziemlich Baba. Wieso hast du Steine überhaupt? Wo kriegt man denn Steine her? Ich bin schon auf der nächsten Entwicklungsstufe. Alter, der macht hier einen auf Evolutionärer. Ah ja, klar. Ich bin weit über dir schon. Ich wollte mal eben unser neues Haus markieren. Wir sind ja umgezogen. Kreis Liebestempel war nicht groß genug. Ja, der ging ja nicht. Der ging ja nicht. Hier sind ganz viele Sandlöcher. Ich glaube, ich gehe jetzt ein Wildschwein jagen. So wie das von deiner Bab. Kann man eigentlich Wasser oder so trinken? Gibt es eine Unterwasserwelt? Kann man schwimmen? Alter, eine Armbrust. Wie male ich denn die jetzt am besten? Ich bin in der Unterwasserwelt. In der lieblichen Unterwasserwelt. Und hier ist Onkel Zwicky. Wie, man kann schwimmen oder was? Ey, man läuft irgendwie so merkwürdig. Wasser ist nur so eine Plastikfolie oder sowas. Ich kann... Ey, der connectet hier nicht. Oh. Pass aus, aber nicht. Hast du es schmuddelig gemacht? Hast du die Wohnung schmuddelig gemacht? Nein, ich rede von meiner tollen Armbrust. Die hat jetzt so ein Loch zum Greifen. Ist das jetzt eine Greifbrust? Das ist eine Greifbrust. Ach, das kann man auch noch... Alter. Ja, du kannst alles verändern, wenn du willst. Also du kannst ja tausend Sachen machen. Wir sind hier komplett überfordert. Ich bin völlig fertig, ey. Aber ich will heute auf jeden Fall in so eine Höhle rein. Das ist immer dein Plan am Wochenende. Und im Spiel würde ich auch noch gerne in eine Höhle. Ich hole mir erstmal ein bisschen Stein. Weißt du? Weil ich werde mich jetzt hier erstmal krasser ausrüsten. Ich habe nämlich erkannt, dass die Kreaturen hier sehr stark in dem Spiel sind. Und während Greif halt immer noch mit... Ich habe eine Zauberarmbrust gemacht. Eine Zauberarm... Ja, klar. Ja, klar. Ne, habe ich nicht. Aber wir brauchen so ein Enchantment Table. Wie kann man das machen? Ja, bauen. Ich bin extremely hungry, sehe ich gerade. Pfeile habe ich auch nicht. Wie mache ich denn Pfeile? Da, Wooden Arrow. Wie viele Arrows? Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Stone. Ich brauche mir mal ein paar Pfeile. Diggy. So. Diggy, mach mal Pfeile, Diggy. Erstmal jede Menge Stone. Ich bin very hungry schon wieder. Also hier hat man eigentlich total den Bandwurm und ist permanent am Essen in dem Spiel. Oakwood. Ja, Oakwood ist immer irgendwo dahinten. Wir sollten auch mal Kisten oder sowas in der Basis machen. Ja, dann los. Dann können wir mal ein bisschen sortieren können. Wo bist du? Es wird schon wieder dunkel. Ich komme gleich heim. Und ich bin im Haus. Ich habe einen Strandausflug gemacht. Ich bin im Haus. Im Haus. Es bleibt alles so, wie es ist. Oh, ich muss Rewards. Für den Reiniger braucht man auch eine Einführung. Ja, das ist ein Reiniger aus der Industrie. Ja, das ist aus der Industrie. Der ist gefährlich. Kannst du nicht einfach so trinken. Bei mir leuchten die ganzen Tiere rot. Muss man sich Sorgen machen, wenn die rot leuchten? Oder ist das normal? Die collected? Was kann ich hier noch collecten, ey? Was mache ich eigentlich, wenn hier so ein aggressives Wildschwein rumsteht? Oh, guck mal. 20 Oakwood als Reward kriege ich sogar. Wie geil. Hier da. Küss mir doch mal. Ich muss diesen geklaften Helm nie wieder verwenden. Ich habe jetzt nämlich einen guten Helm. Hui. Weg mit dir. Alter Stinkehelm. Ja, ich mache mal ganz schnell mal hier noch ein bisschen Monition. Ein wenig Monition und dann gehe ich schon wieder jagen. Dann gehe ich schon wieder jagen. Einfach männlich. Huh. Tiere sind verschwunden. Ach nein, jetzt kriegen wir kein Essen mehr. Nachts verschwinden die Tiere und es kommen nur noch Goblins. Ich dachte, beides wäre möglich. Ich muss auch Wölfe jagen. Ja, wir brauchen dringend Wolf, damit wir ein schönes Bett bauen können. Der Wolf ist total wichtig. Deswegen müssen wir mal in die Welt hinausziehen und Drachen suchen. Weil ich weiß zwar nicht genau, wie das mit dem Wolf jetzt irgendwie funktioniert, aber hey, ein Drache ist auch wichtig. Wachsen eigentlich die Bären relativ schnell wieder nach, weil ich habe ja permanent Hunger. Der Mann ist ja dauernd am Verhungern. Ich bin jetzt hier mit einer Pappfackel in unserem Papphaus. Ich weiß nicht, wie gefährlich das ist. Huh. Was war das eben gerade? Ich habe eben gerade so ein Glühwürmchen oder sowas gesehen. Ein Ehrlicht. Jaja, ich habe Lichter gesehen. Ich habe Lichter gesehen, Charlie. Ich habe Lichter gesehen. Du, 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 du. Oh, ich habe auch nicht gesehen. Was ist das? Hier ist ein Bärwolf. Bei mir ist ein Bärwolf. Geht der auch als Wolf? Also als, als... Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bringe ihn mit nach Hause. Ja, dann komm runter zum Strand. Ja, ich bin gerade im Wald. Ich suche Bären. Irgendwie werden die Viecher immer stärker. Kann das sein? Irgendwie, anfangs waren es noch fliegende Ratten und jetzt sind es Wehrwölfe. Das ist alles möglich in dem Spiel. Das ist alles möglich. Das alles ist möglich. Game? Das alles ist möglich. Alles ist möglich. Mittwoch? Ist heute Mittwoch? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht, ja. Ja, ich glaube schon. Was leuchtet denn da unten? Da leuchten irgendwie Sachen? Oh, ich bin fast tot. Wie, warum? Das ist mein Abfall, den ich weggeworfen habe. Lauf davon. Mein Abfall leuchtet in der Ferne. Oh, war das knapp, Alter. Der Goblin Schlechter. Der Goblin Schlechter. Ja, klar. Ja, wo bist denn du? Lass mal beim Haus treffen. Okay, ich gehe zum Haus. Ich muss aber erstmal... Ich fresse gerade 40 Bären oder so. Ich brauche auch nämlich Fleisch. Hast du noch Fleisch? Hä, wie weit bin ich denn? Bin ich denn? Ich bin ewig weit weg. Ne, ich habe kein Fleisch. Ich frage mich auch ständig, wo du bist. Ich wäre ewig weit gelaufen. Keine Ahnung, wo unser Haus ist. Ich höre auch dauernd irgendwelche Geräusche. Weißt du, so ein Summen. Wir müssen in eine Höhle rein. Ich glaube, nachts muss man in Höhlen und Höhlenabenteuer erleben. Ich bin am Haus jetzt. Ich komme zum Haus. Ich werde das schon finden. Das ist wichtig, sich Markierungen zu setzen. Du weißt, ich habe ein 8er Skill auf Orientierung. Ich werde dich finden. Ich mache das mal weg, so da. Leuchtest du da hinten in der Ferne? Ich sehe dauernd irgendein Leuchtt. Entweder ich bekomme eine Augenkrankheit. Wo bist du? Da siehst du mich oben auf dem Berg leuchten? Ja, ich sehe dich. Komm mal. Die Friedensfackel. Fass die Fackel an. Ich bin zum Mann geworden da draußen. Siehst du, wie ich aussehe? Ich bin zum Mann geworden. Er hat eine Rüstung gebaut. Alter, ich bin da draußen zum Mann geworden. Du bist ein Stammesbruder. Alter, sehe ich heftig aus. Wo hast du nur die Steine her? Wo kriegt man Steine? Schau dich schon da um. Das da. Das ist ein Stein. Echt? Ja, im Grunde schon. Aber mach es nicht vor unserer Haustür. Mach es ein bisschen weiter weg. Ich glaube, dass es hier schön aussieht. Ja, was ist jetzt der Plan? Wo gehen wir hin? In eine Höhle oder wie? Ja, weiß ich nicht. Du hast gesagt, komm zum Haus. Ja, treffen, organisieren und dann... Weißt du, es wäre mal ganz praktisch, so Tipps zu geben. So, hey, hol dir doch auch mal. Besorg dir mal ein Steinschwert, damit wir stärker sind. Ja. Und wir in der Höhle nicht verrecken. Ich habe nur hier... Ja, ich habe eins für dich sogar. Wenn du zu mir kommst. Incompatible Tool habe ich. Ich lege dir eins ins Haus. Ich lege dir ein Steinschwert ins Haus. Hast du sowas? Ja, ja. Hier hast du eins. Warte, ich mach mal was. Liegt im Haus. Bin schon wieder am Verhungern. Und die Goblins geben immer nur Ranzfleisch. So, Alter. Jetzt habe ich 60 Pfeile. Das muss auf jeden Fall erstmal reichen. Oh, eine Kiste. Ich habe ganz viel Stroh. Oder Fiber. StoneSport. So, das packe ich ins Inventar. So, ist das hier so ein Steinschwert? Hast du hier eigentlich so ein bisschen Rüstung gemacht? Papprüstung. Pappe auf Pappe hilft. Pappe auf Pappe hilft. Ah, brauche ich nicht. So, warte mal. Ich mache hier erstmal alles komplett weg. Ich brauche halt Busch, ne? Ach, das ist ja gar kein Red Oak. Das ist ja wieder irgend so ein anderes Zeug. In so ein Driss. Ich glaube, ich mache mal eine Kiste, wo wir unser Redwood reinschieben können. Hast du die Diamanten hier schon gesehen? Er hat irgendwelche Diamanten. Ich habe sogar Diamanten. Wo bist denn du? Saphir habe ich. Siehst du mich hier oben auf dem hübschen Berg? Moment, Moment, ich komme gleich. Ich mache erstmal uns eine Kiste kurz. Okay, hast du Fieber noch zufällig? Also hier Weed? Warte mal ganz kurz. Man kann das Ding auch drehen. Was ist die richtige Seite? Mir fehlt nämlich Fiber. Oh. Ich mache jetzt hier mal ganz schnell eine Kiste hin, so. Ein quietschender Imp. Und da haue ich jetzt das ganze Redwood rein, weil das ist ja das, was wir zum Bauen benötigen. Ich brauche noch mal so Sachen wie dunkle Magie-Essenz und Kristalle. Ich habe wieder hier durch die Wand. Noch so ein Ding. Du flipperst hier voll rum. Ich habe erstmal hier ein bisschen sortiert. Also da mache ich mal das ganze rote Holz rein. Das rote Holz? Der Fiber kann ich auch ein bisschen reinmachen. Ich kann auf die Kiste gar nicht zugreifen. Mit E, doch von vorne. Hä, geht nicht? Nö. Das ist ja doof. Wir dürfen nur zusammen bauen, aber wir dürfen nicht gemeinsam in einer Kiste rumspielen. Tja, wie bei deinem Mann. Ja, dann. Ich bin extremly hungry schon wieder. So, dann lass mal in eine Höhle gehen. Ja, bin ich dabei. Ich habe 25 Schuss. Wo ist denn jetzt hier die spannende Spaßhöhle? Hier ist so eine kleine Diamantenhöhle irgendwie. Hier oben direkt. Guck mal hier. Die Spalte. Ja, aber kann man sich da jetzt weiter reinbuddeln oder wie läuft denn das? Ich höre da auch irgendwas. Hörst du das? Hier gibt es Diamanten. Ich höre da aber auch irgendwie so was Fieses. Guck mal, jetzt ist aber super dunkel hier drin. Siehst du ja gar nichts. Ne, jetzt siehst du nichts mehr. Was ist, wenn ich jetzt hier mal buddel? Glaubst du, da krachen wir durch in eine neue Welt? Na, ich glaube nicht. Aber ich höre ja irgendwo Kreaturen. Wir sollten uns schon so eine richtige Höhle suchen. Ähm. Licht. Mein Freund. Oh, ich starbe die ganze Zeit hier vor mich hin. Muss mal eben... Okay, draußen wird es jetzt wieder hell. Hab ich noch irgendwelche Bären? Aber ich höre doch die ganze Zeit irgendwas quieken. Ja, lass doch einfach in eine andere Höhle gehen. Bevor wir jetzt eine Stunde rumgraben. Hier gibt es doch genug Höhlenlöcher irgendwo. Ja gut, dann auf. Abenteuer. Für die Klicks. Was ist denn da unten zum Beispiel? Ah, ne. Wo bist du denn jetzt da unten? Ich bin wieder beim Haus. Ach so. Ich bin ein bisschen in die andere Richtung gegangen. Vom Haus weg. Ja, wir wollen ja auch... Oder sollen wir da mal hinterm Haus rechts gehen? Da in die Spalten. Ich bin jetzt... Ja, lass mal hier so ein Stück hoch. Und mal gucken, ob wir auch irgendwo Wölfe finden. Wir wollen ja Wölfe, ne? Ja, ja. Aber du darfst nicht so viel sprinten, weil sonst ist dein Essen bald leer. Ah, das stimmt. Das Essen ist echt ein Problem. Gibt es denn sowas wie ein Lagerfeuer? Äh, ne. Ich glaube nicht. Kann man vielleicht mal ein Fleisch an deine Fackel heben? Weil es steht ja rohes Fleisch. Also bedeutet es doch irgendwie, dass man es auch irgendwie... Ähm... Grillen kann. Ja, weiß man nicht. Vielleicht sind Pappmännchen... Hörst du es denn nicht auch? Ich würde dauernd so ein... Ja. Das ist von einem Wolf. Da ist eine Höhle rechts. Guck mal. Ja, da ist auch irgendein Freund drin. Ein Höhlenfreund? Oh! Jimny! Oh! Da geht es richtig runter. An der Seite. Warum willst du... Warum war das so dunkel? Warum war das so dunkel? Wir verflucht sind. Warum war das so dunkel? Wie kann ich mich ducken? SDRG oder C? Oder wir müssen uns durchbuddeln. Hau mal deine Fackel an, bitte. Ähm... Damit wir da was sehen. Dann grabe ich nämlich. So, warte ich mal. Hier oben mal ist es ein bisschen weg. Dann kommen wir hier rein. Ich glaube, ducken kann man sich noch nicht. Man müsste sich halt durchbuddeln. Aber guck mal, hier geht es irgendwo runter. Schau mal hier. Hier geht es auch noch weiter. Haben wir da gefunden. Aber ducken geht nicht, oder? Ducken ist noch nicht programmiert. Was ist das hier? Kupfer oder sowas? Ich stecke hier fest. Räumen wir eine stärkere... Ja, hau doch einfach hier oben was weg. Ich habe keine Pickaxt. Mach dir doch schnell eine. Ja, aber du hast das ganze Fiberzeug eingesammelt. Warte, kann man irgendwie Fiber... Ich habe weder Holz noch Fiber. Hier, nimm dir ein bisschen was von meinem Fiber. Gib es mir dann wieder. Mach dir eine Picke. Nee, ich habe auch kein Holz. Ich kann im Moment keine Pickaxte bauen. Warte. Oh, grüne Diamanten. So, hier ist Fiber. Warte, ich weiß nicht, ob ich da jemals wieder hochkomme. Warte, ich grab. Muss aber hochkommen. Was war das denn jetzt? Hier, hier ist Fiber. Wie macht man denn hier so eine Fackel? Wo ist die denn? Aber ich brauche Oakwood. Fackel ist... Ich habe hier... Oh, guck mal hier. Hier, hier ist doch... Ah, nee, ist kein... Ich dachte, es wäre... Ja, ich habe es gesehen. Es ist eine für die Hand. Table. Wall. Ich finde Wall Torch. Wo sind die ganz normalen? Ach, hier drüben. Yo, ich habe eine. Ich erstelle meine eigene Fackel. Guck mal, Mom. Guck mal, Mom. Aber ich brauche Oakwood. Boah, die Fackel sieht aber nice aus. Gibt es hier in der Nähe Oakwood? Oh, wie weit geht es denn hier rein? Ein super Wald. Ich weiß es nicht. Ich hole jetzt erstmal diesen komischen Crystal. Ich verhungere nur schon wieder die ganze Zeit. Alter, da unten ist noch mehr Crystal und alles. Wir haben die... Die... Killerhöhle gefunden. Wir finden wahrscheinlich nie wieder raus, aber... Boah, was ist das denn? Was ist das hier? Diamant? Diamant, ja. Ich habe Diamant gefunden. Alter, was ein Typ. Alter, damit kann man bestimmt irgendwas krasses machen. Boah, durch die Finsternis. Oh, warte mal. Glaub ich denn mal hier? Wo bist du? Ich bin wieder hoch, den Weg zurück, ja. Der königliche Beleuchter, alter. Ich glaube, hier geht es durch. Ne, ich glaube, es ist ein Glitch. Glaubst du? Hast du auch was gesehen, oder? Ich sehe, dadurch sehe ich voll die Diamanten und so, aber... Kann ich hier buddeln? Wo bin ich hier gerade? Hm, doch, doch, doch. Ich sehe auch irgendwie Diamanten. Ich bin gleich durch. Oder auch nicht. Oder ist es wirklich ein Bug? Schummelhöhle. Hier geht es runter, Schummelhöhle. Hä, bin ich jetzt... Bin ich jetzt runtergefallen? Ich weiß nicht, wo du bist. Hä? Was ist das hier? Was ist das hier? Gold? Alter, hier geht es ja noch weiter. Wo sind wir hier gelandet? Wir kommen doch hier nie wieder raus. Ich weiß nicht. Ich habe keine Pink-Axt. Ja, wir werden hier sterben. Ich habe auch nichts zu essen. Hast du was zu essen? Noch fünf Beeren. Dann war es das. Vielleicht sollten wir erstmal wieder raus. Oh mein Gott, hier unten sind rotleuchtende Goblins. Ich gehe nicht zu den rotleuchtenden Goblins. Hilfe! Was war das für ein Geräusch? Ein Rölps oder so? Ich will hier nicht bleiben. Hilfe! Ich weiß nicht, wo du bist. Hier unten im Loch. Da. Schau ab. Alter, wo haben wir uns denn da reingegraben? Du hast gesagt Hüllenforschung. Nein, deine Idee war es mit der Höhle. Das Ding da oben ist noch im Weg. Alter. Ich will hier einfach nur noch raus. Wir müssen uns viel besser ausrüsten, um irgendwie in so eine Höhle zu gehen. Da unten ist, glaube ich, ein Mechadrache. Ey, der verfolgt dich auch übrigens da, der Goblin, der Rote. Ignorieren wir ihn einfach, der geht von alleine weg. Gebe ihm kein Geld. Okay, okay. Komm immer noch nicht raus. Junge, was ist denn los da? Der vielleicht wegen dem Nippel da. Der ist so ein Nippel. Ach, jetzt, jetzt, jetzt. Kommen wir hier irgendwie wieder raus, komplett, oder? Ja, ja, doch. Hier links hoch. Und dann hier links. Und dann wieder links. Oh, ja, ja, ja. Freiheit, Luft. Oh, geil. Oh, nice. Alter, sind diese Höhlen böse. Hier drüben sind Bären. Erstmal Bären snacken, würde ich mal behaupten, oder? Ja. Ich glaube, wir müssen einfach voll viel bauen. Wir brauchen so einen Zaubertisch und alles. Ja, ja, wir müssen uns auf jeden Fall härter vorbereiten. Viel, viel härter. Der kleiner Höhlenausflug war schon ziemlich gefährlich, ne? Was sind das hier drüben für Kreaturen? Alter, der eine leuchtet rot, leg dich nicht mit dem an. Meinst du, das ist ein Alpha-Männchen? Elfen. Elite. Elite-Elfen. Da gehen wir drauf. Wie, da gehen wir drauf? Auf welchen gehst du drauf? Auf den Elite hier. Oh, der ist aber Elite. Kannix. Kannix. Er hat einen Schnitzel. Da vorne kommt der nächste Elite-Gegner. Ja, müssen wir. Wir bauen Essen. Warum kann ich nicht schießen? Ja, durchziehen. Kann ich. Er zieht nicht durch. Boah, dunkle Magie. Hier hat er seine Luxus-Bonsen-Armbrust, aber funktioniert nicht. Ne, geht irgendwie nicht. Müssen die Pfeile auch ins Inventar, oder was? Äh, ich hab sie unten im Inventar. Kann sein. Ich weiß es nicht. Oder du brauchst Bolzen und keine Pfeile für das Ding. Oh nein. Dann muss ich mir noch einen Bogen machen. Weil ich hab jetzt 60 Pfeile, die will ich jetzt... Bäm. Also ich brauche jetzt hier erstmal diese Viecher weg, damit ich Essen bekomme. Da brauche ich einen Wolf. Und dann brauche ich... Ja, wir brauchen sie. Wolf. Stirb! Ungläubiges Wesen! Ungläubige Heide! 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 Wir haben doch Heide! Heide! Er ist meine Kreide! Heide! Heide! Hey, wo ist er hin? Er hat sich auf die andere Seite flapodiert. Er ist mächtig. Ein mächtiges Flugwesen. Wir brauchen unbedingt... Ich hab gesehen, man kann ja auch irgendwie Fahrzeuge und alles herstellen. Und Roboter und sowas. Ich brauche ein Mech, Mann. Wir brauchen ein Mech. Wir müssen mit einer Mech durch die Gegend. Wir brauchen Mech, wir haben es nicht mal geschafft, fünf Minuten in der Höhle zu überleben. Wir brauchen Mech. Ja, klar. Da würden wir uns durchgraben. Da würde die Höhle sagen, jo, keine Chance. Wo bist denn du hin schon wieder? Du bist einfach nach oben gegangen. Ja, ich bin nach oben. In der Spalte. Geh mal hier nach oben. Oh! Abgerutscht. Ich glaub, oben... Lauf mal geradeaus... Ah, okay, du kommst mit. Ich glaub, da oben sind die Wölfe. Ich hab irgendwie... Ich hab ein bisschen Wolfscot hier gerade erschnüffelt. Hungry like the wolf. Bin very hungry schon wieder. Hallo? Da, wo ich gestartet bin damals, bevor wir uns gesucht haben, da hab ich Wölfe gesehen. Hier oben ist irgendwas. Du weißt, kein Wolf, ist ein Schwein. Ich mach's trotzdem tot. Das ist geil, ey. Drauf! Weil ich brauch Fleisch. Ich brauch Fiber. Hat bestimmt auch ein bisschen Fiber. Hey, Schwein! Hast du Fleisch? Ich hab Korshide und Raw Meat bekommen. Wie viel Raw Meat hast denn du? Drei. Wie viel? Drei. Da ist ein Wolf. Nicht schlecht. Ist das ein Wolf? Nee, ist ein Schwein. Ach, ich wollt schon sagen. Aber wo Schweine sind, sind auch Wölfe meistens. Schweinewolf? Alter, der Bogen ist schon nice. Der Bogen ist schon echt nice. Was ist das hier? Ein Reh? Hast du noch Fleisch gekriegt, oder? Ja, ich hab eben gerade Fleisch bekommen. Ein Reh. Da hinten. Was ist das denn für eine Banzel? Und hier ist jede Menge Fiber. Guck mal, hier ist ganz viel Fiber hier drüben. Ganz viel Fiber hat er hier. Oh, das sind auch Beeren. Honigbeeren. Aber ich hol mir erstmal hier Honig-Kotelett. Einer lieblichen Honig-Marinade. Ja, ich muss mir dann auch mal so langsam ein bisschen... Ich hab einen Wolf gefunden, glaub ich. Echt? Das wär geil. Und dann gehen wir nach Hause. Oder? Und den Helden. Gehen wir nach Hause und bauen dann ein Doppelbett und dann schlafen wir, oder nicht? Ja. Weißt du noch, wo zu Hause ist? Hast du markiert? Ja, ich hab markiert zu Hause. Boah, da sind ganz viele Wölfe sogar. Boah, da geht's auch irgendwo wieder runter. Hier gibt's ganz viele Holes. Glory Holes. Nee, ne Menge, Alter. Bom. Bom. Kann ich so einen Wolf irgendwie domestizieren und es als Haustier halten? So, wir haben ein bisschen Lightwolf-Pelt. So, wir haben ein bisschen Elite-Schmetterling. Der Stufe 8. Der Elite-Schmetterling. Er will dich angreifen. Er will deinen Saft. Lass dich nicht schmettern. Uiuiui. Wir brauchen noch mehr Wölfe. Wir sind aber nur diese... Dully Magic Essence oder so. Wow, wow, wow. Dully Magic Essence? Ja. Achtung, Vorsicht, Vorsicht. Gib dir mir ne Kelle hier. Ja, hey. Hey, im Eifer des Geschlechts. Ja, im Eifer des Geschlechts passiert sowas. Wir brauchen noch ein Wulf. Sind Wölfe so selten? Was? Da waren voll viele Wölfe grad, wo wir hergekommen sind. Warte, warte. Hier ist doch so ein Vieh, das mich angreift. Petro. Ich sammle Beeren. Während ich um mein Leben ringe. Das ist ein Freund. Da gibt's ein bisschen Dull Magic. Ich geh nochmal zurück. Hier war doch irgendwo noch ein Wolf. Warte mal, ich muss dich erstmal wieder finden. Hungry like the wolf. Zack, oh Wurm, ey. Oh, ey, hier gibt's ja alles. Wie ein Grunz hier, der Wolf. Hat er bei mir gemacht. Das ist wahrscheinlich Holländer. Der Schock. Schock. All's completed. Place a simple bed. Wolfzahn hab ich bekommen. Hier ist noch ein Wolf, lass mal lieber töten. Oh, ich hab übrigens jetzt Wolfspelze. Ja, wie viel hast du? Zwei, glaub ich. Oder mehr sogar. So, ich mach hier ganz schnell noch den Wolf. So, ich hab auch noch ein bisschen Miet. So, sollen wir zurück zum Haus, oder? Gut, ich hab Dark Wolf, Light Wolf. Hier noch ein Wolf, wenn man schon mal hier ist. Dann gehen wir zum Haus. Die Folge ist ja eh schon wieder super long. Super long. Ey, die Leute, die verlangen aber immer noch mehr. Glaub ich nicht. Glaub ich die letzte Folge. Ich hätte gerne irgendwie eine Anzeige, in welche Richtung ich gehe. So, weißt du? Weil ich nie weiß, ob ich jetzt aufs Haus... Ja, wir müssen ja eigentlich runter zum Strand. Also die Richtung, in die du gehst, ist ja schon mal richtig. Woher willst du denn wissen, dass das runter ist? Ja, dann eben hoch zum Strand. Weißt du? Ja, weil keiner sagt, wir gehen hoch zum Strand. Das ist immer so runter. Weißt du? Weil man immer so von Süden ausgeht. Na, ich weiß nicht. Ich wohne ja im Süden. Dann geh. Ich fahr ja auch runter zu dir, nicht hoch zu dir. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann sage ich... Obwohl, im Moment, geografisch betrachtet, wohne ich, glaube ich, an einem südlicheren Punkt. Dann sage ich auch immer, ich fahr... Äh... Ja, dann fährst du hoch. Ja, aber ich sage immer, ich fahr runter zu meinen Eltern. Ja, aber das ergibt keinen Sinn. Doch klar, das ist ja mega Sinn. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin, Mr. Sinn? Ich muss hier mal eben... Stoppst du dich schon wieder mit so einem Vieh oder was? Ja, ja, ein kleines aber nur. Geh doch mal weg, das ist mein Fleisch. Hast du es bekommen? Ja, eins. Ja gut. Es gab ja auch nur eins. So ein Vieh gibt immer nur ein Kotelett. Ne, manchmal zwei. Ne, Wölfe geben zwei, Bären zwei, aber so ein Hirsch gibt immer, glaube ich, nur einen. Jetzt können wir auf wenigstens... Ja doch, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, müssen wir ja irgendwo da hinten... Am Ohama Beach. Mamama Beach? Ich glaube hier, oder? Am Babama Beach? Hier so die Richtung. Aber hier war doch die Höhle. Hier ist das Haus. Ja, wo? Schon da. Hä? Ja, hier, genau. Ach hier, ja, ja. Da hinten ist noch so ein Schweinchen. Ich glaube, da geh ich mal kurz reinpiksen. Haha, das kleine Schweinchen da. Da steche ich jetzt aber mal rein. So, und jetzt soll ich hier so ein Doppelbett bauen, damit du schlafen kannst. Du kannst... Hast du dir die Belohnung geholt für den Wolfenkiller? Ja, hab ich. So, und jetzt willst du hier so... Aber wäre das Doppelbett nicht irgendwie oben besser? Angebracht, dass man sagt, hey, oben wird geschlafen, oben wird gekuschelt, unten wird gemuschelt. Oh, shit! Hier ist irgendwie mein Schwert kaputt gegangen. Dann renn! Ich rette dich! Kann ich's auch mit der Axt? Hey, was ist hier los? Ach so, weil ich vergessen hab zwischendurch. Oh. Oh. Schwein gehabt, ne? Ja. So. Ja, hier, hier. Was brauch ich denn hier für eigentlich? Für den Boden? Was ist denn jetzt eigentlich Decke? Ähm, hier? Moment, Decke. Ceiling. Ceiling ist Decke, oder? Ceiling ist, glaub ich, Decke, ja. Boah, ist ja alles super teuer. Soll ich das Schlafzimmer nach oben machen oder was? Ist ja alles super teuer. Ja, oben schläft man, oder? Ich mein, Ästhetik muss sein. Ich weiß es nicht. Wir müssen doch diese Table vielleicht dann irgendwann mal umstellen, wenn's dann geht. Ich weiß auf jeden Fall... Warte mal, warte mal, geh mal weg. Ich brauch viel mehr Holz. Viel mehr. Holz ist richtig... Also... Holz ist richtig krass. Man muss voll viel bezahlen für die Sachen, so irgendwie, ne? Ja, aber Ceiling geht... Ach, Holz kostet schon so einen Boden. Warte mal. Doch, hier? Ja gut, da kannst du jetzt eh nichts machen hier, weil hier ist ja die Treppe. Ach, die Tre... Ich dachte, die Treppe wäre halt von der Höhe würde gehen. Mal geht das, mal geht das nicht. Guck mal, hier kann ich schön die nächste Etage bauen. Aber mal geht's, mal geht's nicht. Das ist total verwirrend. Ich würd sagen, wir machen jetzt erstmal ein Nickerchen und bauen dann auf. Ich muss euch auch eine Menge Holz holen. Wir brauchen ganz viel Holz, wir müssen noch voll viel lernen. Ach, Freunde. Ich schau hier, guck mal, durch mein rundes Fenster kann man wunderschön den Sonnenuntergang beobachten. Ja, guck mal hier, das Panorama-Eckchen von mir. Ach, ist das nicht schön. Oh, geil, Alter. Geil, bis zum nächsten Mal. Lasst ne Bewertung da und... Tschüss. Pui. Pui.